hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play world of warcraft ja auch dieses mal wieder ohne cam sagen wir mal so mann pc hasst mich zurzeit ich wollte eigentlich auch den audio voice mod an machen ich glaube es scheint sogar an zu sein weil stimme war halt gerade doppelt es öffnet sich ja zum beispiel hat nichts das heißt ich kriege kein fenster gar nichts das stimmt so fast nicht also ich entschuldige mich jetzt mal falls ich ihm tatsächlich doppelt geklungen habe dann funktioniert nämlich der woest wird doch aber nicht so wie er sollte auf jeweils das problem hatte ich auch mit der kamera ich glaube ich musste den pc einfach nachher unterfahren aber ich dachte kommen machen wir das ist trotzdem den ich möchte wissen wie es hier weitergeht beziehungsweise haben wir keine quest also wir haben die volksmiliz strafen fahrt tisch und knöchelhauer der defias die man von aus dass die relativ aua machen wir haben wir auf jeden fall mehrere orte wo wir noch nicht entdeckt haben das heißt so jahre ja hallöchen die haria gut also charakter deswegen würde ich sagen schauen wir einfach mal uns hier ein wenig um oder kommen die funder gerade blöd also im sinne von umschauen meine ich wir gucken einmal was hier so finden ist schauen ob wir quests noch finden oder 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 so mein handy stelle immer ganz kurz an jede ladung wie gesagt ich weiß nicht wo quests sind ich habe auch nicht nachgeguckt jeder nachgucken können wollte aber nicht also ich habe mal weiter gefunden da könnte man nachgucken weil ich daher wegen der einen fest mal geguckt hatte also ich habe geguckt für die eine quest die wir beim letzten mal gemacht hatten wo ja die magier und ein offenthalts gegeben haben und ja dann laufen wir doch mal über stock und übersteigen ich habe die hoffen was dann zum nächsten mal hin die kamera wieder sagt hier hab ich möchte versprechen kann ich aber in dem punkt überhaupt nichts und daher ja die putsch hat mich gesagt hat auch mega geärgert im stream beziehungsweise homestream ich das alles nicht so machen konnte wie ich gerne sollte sollte erst mal gucken wo ich ja was ist er folge ich auch gucken wenn sie irgendwo quests da sind hier keine quests immer von aus dass wir hinten keine sind vorne geht auf jeden fall ins nächste gebiet also in den dämmerwald hier sind die art von level 17 level 18 level 17 das habe ich auch schon entdeckt also hier ist tatsächlich auch noch kein gebiet wo ich hin sollte dann schauen wir einfach mal bei moonbrook gibt es auf jeden fall bestimmt noch irgendwas da in diesem kleinen zipfel aber wir gucken dass wir dann einmal um moonbrook herum schleichen so dass wir da in diesen kleinen abschütter hinkommen aber ich will halt auch noch einmal an den strand ich kann mich zumindest von retail ww daran erinnern dass mindestens eine quest da noch gab mindestens eine ist die frage ist sie im classic ww auch drin oder ich sie es nicht und die banditende flusspfoten alles hier nicht ganz so wichtig 14 level 17 hier vorne ist die straße die abzahlung verpasst 14 nicht rennen einfach erst mal weiter oder auch nicht weil es uns verlangsamt hat so so da tue ich mich jetzt hier mal kurz durch zu schlüpfen da könnte es halt auch nach hinten gehen wir möchte auch viel wäre es war ein stand lang gucken ich kann mir vorstellen dass da hinten halt auch 17 bis 20 sagen jetzt einfach mal vielleicht erst oder zumindest 16 bis 18 oder 16 bis 19 irgendwo müssen ja auch die anderen die vier anhänger sein das sind die ausplünder erst mal gucke ich hier hinten lang die drei jetzt sind der wird 13 15 ich glaube teufel muss ich nicht unbedingt über den weg laufen Plünderer, Plünderer Plünderer, Ausplünderer Plünderer Also wahrscheinlich werden wir in diesem Part eventuell auch noch ein bisschen leveln wenn ich jetzt keine Quest finden sollte Zumindest dann so lange bis die Eidequest nicht mehr ausgegraut ist Elf Plünderer Hmm Plünderer Da geht's in so eine Höhle rein Ach, nicht gerade der ideale Ort, wo ich rein will Hier sind halt auf jeden Fall Die anderen Viecher Oh Gott, Level 17 16 Jetzt Merlox Oh Gott, Hilfe Weiß nicht, ob das intelligent ist, was ich hier tue Aber mal schauen Wie gesagt, aber irgendwo müssen ja sowieso die in einem Plünderer sein Was ist das eine Höhle rein? Oh Gott, wie geht's das? Ich glaube, um an denen vorbeizukommen, muss ich tatsächlich gegen sie kämpfen. Okay. Na ja. Fast. Aber vielleicht habe ich mich jetzt so positioniert, dass ich da schön wegkomme. Mal gucken. Also, das war eine Werbung. Ich glaube, wir kommen ums Level, nicht drumherum. Ich wüsste halt so gerne, wo diese anderen Viecher sind. Ich meine, das wird mir jetzt nicht mal helfen. Ich glaube halt auch, dass ich für die Quest hier, für das Rotkammgebirge noch viel zu schwach bin. Ich glaube, ich glaube, es wird mir jetzt nicht mehr zu schwach bin. Also in aller Not kann ich mich ja wieder zurückporten nach Speerkuppe. Und dann halt leveln. Er hat halt nur die Hoffnung, dass ich hier irgendwo noch eine Quest finde. Aber dem scheint wohl nicht so. Hier oben sind sie zumindest halbwegs auf meinem Level. Hm. da oben ist auf jeden fall ist okay die monzheim das hier 20 weil er meint dass hier hinten eigentlich noch einer also zumindest im retail ist ich habe ich glaube sie gab es erst wenn man und eine sache gefunden hatte nie dass das tatsächlich jemand mit einer quest ome 3 quest sogar erschreckt nicht mensch ich bin seit langem schon aus diesem land geschieden aber ich habe nicht vor eures gleichen schaden zuzufügen ich habe in meinem leben nicht zu viel leben zu viel tod gesehen mein einziger wunsch ist der nach frieden vielleicht könnt ihr mir dabei helfen die nacht in der die familie des leuchtturmwerter starb war schrecklich hilflos musste ich mit ansehen wie old murky den angriff befähigte doch was geschah doch was geschehen ist es geschehen um sorge ich mich vor allem um das leben der seeleute die das große meer besegeln und deren schiffe den trügerischen felsen vor der küste gefährlich nahe kommen der hier niemand mehr lebt der die flammen bewacht und legt die verantwortung nur mir helft mir dabei die facke an leuchten zu erhalten und beugt mir fünf flaschen öl von dem erntemonstern okay ich bewahrten diese belohnung außerdem kommt ihr das ist natürlich schon mal sehr schön das ist sogar eine die wir machen können die vielen schiffswracks entlang der küste sind euch ja vermutlich schon aufgefallen das große mehr ist über überaus tückisch die küste von west schreibung freigehalten werden damit die seeleute sicher den sicher sind wenn sie unsere ufer erreichen aber die murlocs sind ein problem töte sieben gezeigten jäger sieben krieger sieben orakel und sieben küstenläufer dann sorge ich dafür dass ihr belohnt werdet als sie auf dem felsen mein leben aushauchte hatte ich keine ahnung was das leben nach dem tode für mich bereithalten würde jener nacht war leuchte um erloschen weil nur die familie des leuchten wer das vertrieben hatte für mir kehrte zurück und zündete die flamme wieder an doch ort mark brachte die wen schwächere mürlox dazu den leuchten noch einmal mit ihm mit ihm zusammen anzugreifen beim zweiten mal hatte die familie nicht so viel glück von meinen augen starben sie alle ohne sich wehren zu können töte und morgai wenn ihr am ufer wenn ihr ihn am ufer seht und bringt mir seine schuppen denn wer ist ja in belohnung gehalten okay ja bedrohung einer küste können wir noch niemals aus fünf fest über unsere mit den löschen löschen ja mal gucken sonst gibt es hier im leuchtturm nichts hat er gut dann ist das so glaubt ihr kann ich rein theoretisch auch da vorne töten ich will jetzt hier gerade erst mal wieder einen weg nach oben weil ich halt immer noch gern wüsste wo die anderen viecher sind beziehungsweise geht es da ja noch hoch wo straßenräuber da sind so waren die doch straßenräuber fahrt pirscher knöchelhauer jetzt mein ammerkworts Oh Gott Das war gerade mein Glück Okay, die Straßenrober kann ich tatsächlich eigentlich ganz gut erledigen Und auch hier geht die Devise, Michael, auf einmal Oh, wo auch immer der gerade her kam Okay, da laufen auch welche rum Da sind zum Beispiel Knöchelhauer oder zumindest einer Eine Knöchelhauer, ne, ein Knöchelhauer ist das tatsächlich ein Mann Hartpürcher Ja, dann kriegen wir die doch eigentlich ganz gut hin Oh ja Durchhügel Okay, aber wir haben wenigstens noch ein paar Quests gefunden Ich bin außer Reichweite Ich meine, das ist ja schon mal was Jetzt wissen wir halt nur, dass wir bis mittels aufs Level 20 rumgeistern müssen Das lädt immer noch auf Oh Kann ich noch nicht wirken Aber macht mir auch kaum Schaden noch Ah doch Benutzen wir erstmal das hier Oh so das und fahrt pürscher Das legt immer noch auf. Ja, ja, es legt immer noch auf. Ist in Ordnung. Das legt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So. Mach. Komm schon. Ah, Mist. Weil ich einmal für das reagiert habe. Igol. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.